Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum täglichen Cointrend, heute mit einer recht kurzen Ausgabe, weil es für mich schon etwas spät ist und Bitcoin auch nicht so viel Spannendes heute gemacht hat. Wir fangen heute mal mit dem Tageschart an von Bitcoin und was wir sehen, hier ist jetzt letztendlich die letzten Tage eine Seitwärtsbewegung gewesen, auch wenn diese Seitwärtsbewegung innerhalb von 1000$ passiert. Aber wir sehen hier nach dem langen Aufwärtstrend, da sind wir jetzt aus dem Dreieck hier rausgebrochen, sind jetzt oberhalb von diesem und nehmen den als Support jeweils hier immer diese Linie, haben die jetzt schon mehrfach über die Tage jeweils berührt und sind noch oberhalb. Was natürlich rein positiv zu sehen ist an der Stelle, wenn man so in die verschiedenen Indikatoren reinguckt, sieht das schon nicht mehr ganz so aus. Wir haben den RSI, der nicht weiter gestiegen ist, obwohl der Kurs ja von hier bis hier oben doch deutlich gestiegen ist und hier unten sieht man es nochmal ein bisschen deutlicher im MACD, da haben wir hier oben, haben wir hier das Histogramm deutlich höher als wir hier haben, obwohl natürlich der Kurs weiterhin gestiegen ist, zeigt also auf jeden Fall eine negative Richtung und wir sind hier auch kurz davor uns umzudrehen, was dann auch ein Verkaufssegnal im MACD wäre dann in dem Beispiel. Und ja, das ist aber ein Tageschart, hier dauert es also ein bisschen länger, bis hier was passiert und jetzt wollen wir aber mal in den 4-Stunden-Chart reingucken, der sieht nämlich komplett anders aus. Erstmal, hier sehen wir diese Seitwärtsbewegungen, man sieht auch, dass wir jetzt kleiner werden in der Seitwärtsbewegung und was ganz wichtig ist, wenn man sich mal hier Stochastischen anguckt, dann ist hier ziemlich viel Raum nach oben aktuell, sind sehr tief, sodass ja eigentlich das auf einen Weg aufwärts deutet und wenn man an dieser Stelle hier ein RSI anguckt, wir haben jetzt hier diese Linie gehabt im RSI, man sieht auch, wie die sich jetzt hier durchgezogen hat, hier nochmal getroffen wurde und ja, also ich vermute, ich vermute aus der Kombination des Tagescharts und des 4-Stunden-Charts, dass wir hier nochmal an die Linie rangehen. Das würde dann bedeuten, im Kurs, dass wir hier nochmal oben hingehen, in diesem Bereich hier und da, so wunderschön habe ich das eingezeichnet, ich nehme mal die Linien mit, deswegen habe ich sie eingezeichnet, dass wir uns irgendwo in dem Bereich hier, von hier noch oben hin in Richtung 7.4, 7.5 begeben. Dann hätten wir es auch so, dass wir ein tieferes Tief gemacht haben, hier und dann wieder hier, den dort, den sehe ich jetzt sehr starke Anomalie an, den müssen wir erstmal nicht beachten, aber das würde dann auch der Linie hier, Abwärtslinie entsprechen, würde auch den Indikatoren im 4-Stunden-Chart entsprechen und wenn wir von hier aus dann runtergehen, würde das auch den Indikatoren im Tageschart entsprechen. Von hier und dann wird es sehr wahrscheinlich wieder in Richtung der Linie gehen und ich sehe sogar großes Potenzial, dass man durch diese Linie durchbrechen würde beim nächsten Mal. Also Vermutung wäre jetzt erstmal so das Ganze, hier 4-Stunden-Chart, also möglicherweise am Vormittag geht es nach oben oder frühen Morgen und am Nachmittagabend würde man dann die Umkehr vornehmen. Hier wäre es 20 Uhr, 0 Uhr, so ungefähr, das wäre jetzt meine Schätzung zu dem Thema. Ansonsten, wir sind aber rein in der Seitwärtsphase, da ist jetzt auch nicht so viel, was man daran ablesen kann, wenn sich der Kurs immer so, ja, doch recht gleichmäßig bewegt. Wir wollen heute in die kleinen Satoshi-Coins, nenn ich sie mal, reingucken und angefangen heute mit Digibyte. Hat natürlich eine sehr, 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 sehr traurige Entwicklung hingelegt, wenn man sich das mal anguckt von da oben kommend. Bis hier ganz unten hat jetzt aber scheinbar den Bodenpunkt hier gefunden und ist, nachdem die anderen Coins, oder viele der anderen Coins, die sich schon nach oben bewegt haben, heute dann auch endlich mal mit nach oben gegangen. Sehen hier, 40% ist das natürlich dann bei so einem kleinen Coin auch schnell mal erlebt. Und was wir auch sehen hier oben, wir sehen ja, hier ist ein Widerstandsbereich, hier ungefähr auf der gleichen Höhe. Das heißt, dass auch, dass man, wenn man die Linie dann hier ansetzt, ich würde dann von dem den höchsten dort nehmen, da der hier ein bisschen höher ist und dann da das passend setzen. Passt jetzt sogar ganz genau hier auf die, zumindest die Kerzkenkörper. Die kann man aber eben, natürlich, im Widerstands immer einen Bereich und nicht eine reine Linie, sieht man aber, dass das dann hier auch gepasst hat und die nächsten richtigen Supports liegen dann ja auch schon ein bisschen höher. Da haben wir den einen hier, 165, 177 und dann würde man in den Bereich hier gucken, so um die 200. Aber vom ersten Widerstand sind wir jetzt erstmal abgeprallt, würden wahrscheinlich hier erstmal ein Stück runtergehen, um dann mit neuem Schwung durchzugehen, so meine Hoffnung an der Stelle. Ansonsten kann man das Spiel hier natürlich weiter betreiben in diesen zwei Linien. Da trifft sich das ganz gut. Wir haben hier auch, wenn wir auch auf einen Support hoffen können, an der Stelle. Vielen Dank für die Linie. An der Stelle, das heißt, eine mögliche Bewegung wäre auch hier und dann wieder hoch an den oberen Widerstand als, wie gesagt, reine Möglichkeit für die Bewegung von Digibyte. Dann gehen wir in noch einen tieferen Satoshi-Bereich mit Siacoin. Ja, also kommt euch die Bewegung bekannt vor. Von Digibyte sehen wir jetzt auch hier eine recht ähnliche Bewegung. Und auch hier Boden gefunden. Und dann ging es heute doch deutlich nach oben. Gleiches Spiel, 40%. Und ja, muss man, von gestern zählt das noch mit. So, aber ungefähr 40% hat auf jeden Fall deutlich zugelegt. Auch hier sehen wir wieder den Widerstand hier, den Bereich, den Bereich sehen wir. Und hier unten, wo er als Support gedient hat, sodass wir die Linie recht sicher dahin legen können. Und wie wir sehen, passt auch hier wieder sehr gut als möglichen Ausstiegspunkt den ersten Widerstand da getroffen. Nächsten wären dann an der Stelle, wo wir hier oben das Ende sehen und dann in den Bereich gehend. Hier kann man auch, weil hier drüben ja noch an der Stelle sieht man, hier ist der Support-Bereich. Deswegen würde ich ihn nicht auf die Katzen setzen, sondern hier dann auf den Docht, sodass beide Seiten auch das Ganze treffen. Dann halte ich also, würde ich, ist ja 81 jetzt die Linie, also würde ich auf die 80 dann runden. Nächstes wäre dann hier auf 100. Ähnliches Spiel, wie wir das bei Digibyte hatten. Wir sehen auch hier wieder Support, haben sogar zwei mögliche Linien. Das heißt, wenn wir jetzt auch hier von so einer gleichen Entwicklung ausgehen, haben wir diese beiden Möglichkeiten. Da würde dann auch, hier ist der 58, natürlich einen sehr guten Einstiegspunkt wieder bieten, um möglicherweise den nächsten Schwung dann mitzunehmen. Darauf basierend, was Bitcoin macht, würde das ja auch ganz gut passen. Beim Anstieg von Bitcoin würde es runtergehen. Wenn Bitcoin dann selbst wieder runtergeht, würden die Altcoins wieder hochkommen. Das würde dann in dem Zusammenspiel ganz gut passen. Und zuletzt wollen wir noch weiter runtergehen in den 18er Satoshi-Bereich aktuell. Und ja, ähnliche Bewegung wieder. Und hat auch den Boden gefunden. Wir reden von Dogecoin. Hier unten bei 15 Satoshis hat er den Boden gefunden. Und wenn man dann mal, ja, von 15 bis 20, das sind dann auch schon mal 33 Prozent einfach so. Ist ein Coin, den ich schon mehrere Tage jetzt beobachtet habe. Weil aufgrund, dass wir das hier drüben hatten, mit 15er Boden, habe ich schon so ein bisschen erwartet, dass das hier bald sich drehen könnte. Also im 15er Bereich, 16er Bereich. Aber das ist natürlich auch, also das hier ist ein reiner Risikotrade dann. Weil es natürlich jetzt nicht gerade der größte und tollste technische Coin ist, den man hier haben kann. Deswegen sollte man hier wirklich nur mit Kapital reingehen, wo man wirklich das Risikokapital abtut. Aber hätte zumindest jetzt funktioniert. Wie gesagt, ich habe ihn schon mehrere Tage beobachtet. Hätte sogar später erst mit der Entwicklung gerechnet. Kam jetzt aber schon wieder etwas nach oben. Kann mir aber vorstellen, dass wir nochmal hier runter in den Bereich kommen. Und ja, möglicherweise den nächsten Zyklus bei Duschkörn anstoßen. Das würde dann natürlich mit deutlicher Bewegung nach oben gehen. Aber wenn man da wirklich daran glaubt, dann hat man noch viel Zeit, um reinzugehen. Dann könnte man erstmal beobachten, geht es jetzt wirklich so langsam stufenweise hoch. Dann wäre das ja eine gute, ja eine gute Andeutung, dass es jetzt wieder so ähnlich in dem gleichen Zyklus ablaufen kann. Das soll es auch schon gewesen sein vom täglichen Cointrend heute. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß, viel Erfolg beim Traden und wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.